Wie geht der Glitch? Okay, Freunde. Also einmal ganz kurz zuhören, ne? Ganz kurz zuhören. Ich zeige euch einmal, wie der No-Lost-Glitch funktioniert. Kurzes Tutorial. Wenn ihr am iPhone seid, macht hier Bildschirmaufnahme. Wenn ihr den No-Lost-Glitch in FIFA wissen wollt. Der ist eigentlich relativ easy, aber ich zeige euch den einmal ganz kurz, ne? Du hast ja hier, das ist Food Champions-Milie, ne? Du gehst in Food Champions rein und bevor du in ein Spiel gehst, gehst du einmal auf Finals wieder zurück. Merken. Auf Finals wieder zurück. Dann auf Rivals. Division 2 Fortschritt. Wieder zurück. Dann gehst du in Champions. Spiele for Champions. Musst du Aufstellungen bearbeiten. Einmal den Torwart raus. Ganz wichtig. Geht bei jeder Formation einmal Torwart raus. Dann macht ihr anstatt den Torwart einen Innenverteidiger rein. Ist egal wen. Ihr könnt jeden nehmen. Ich nehme jetzt einfach Van Dijk. Dann macht ihr den wieder raus. Und dann packt ihr euren Torwart wieder rein. So. Dann packt ihr euren Torwart wieder rein. Zack, zack. Geht auf Spiel suchen. Und genau jetzt, wenn ihr einen Gegner findet und den No Lost Glitch anwenden wollt, könnt ihr euch alle ins Knie ficken gehen. Ja. Ja.